Im Osten von Kovagörsch, nicht weit vom Felsenmeer entfernt, liegt der Kischhegestühl, ein kleiner Berg, der gerne als Aussichtsplattform benutzt wird. Vom Parkplatz des Felsenmeeres in Kovagörsch aus folgen wir dem blauen Wanderzeichen. Hinter dem Pferde- und Bauernhof biegen wir rechts ab. Die Hänge des Kischhegestühl werden landwirtschaftlich unter anderem als Weinanbaugebiet genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Aussichtsplattform gehört zu den 78 offiziell benannten Sehenswürdigkeiten im Kalibecken. Untertitelung des ZDF, 2020